Mensch, sowas hier ist doch total nervig, oder? Lieferwagen, die in der zweiten Reihe parken und der Motor läuft. Und na klar, weit und breit keine Polizei in Sicht. In New York könnten Sie jetzt Ihr Handy nehmen, den Verkehrssünder filmen und der bekommt dann ein saftiges Knöllchen. Und das Beste, Sie bekämen dafür auch noch Geld. 8 Uhr morgens an der Upper West Side, einem gediegenen Viertel in New York. Hier lebt George. Er ist 69 Jahre alt und arbeitet freiberuflich als Banker. Doch seit eineinhalb Jahren verdient er sich als Hobbypolizist was dazu. Über 12.000 Dollar hat er so schon eingenommen. Die New Yorker Polizei setzt das Gesetz nicht durch, also kümmere ich mich drum, als Bürgerwehr und Einzelkämpfer. George ist nicht der Einzige, der mit Verkehrssünden anderer Geld verdient. Es gibt einen regelrechten Wettbewerb. Aktuell ist George auf Platz 3. Wie er das geschafft hat, wird er uns jetzt zeigen. Handy und Wasserflasche gepackt und ab auf die Straße. Schauen wir, was hier so los ist. George sucht Lieferwagen und Busse, die verbotenerweise den Motor laufen lassen. George will sie anzeigen. Denn seit Februar 2018 beteiligt ihn die Stadt New York an den Bußgeldern. Und das funktioniert so. Fahrzeuge dürfen maximal drei Minuten mit laufendem Motor am Straßenrand stehen. In der Nähe von Schulen sogar nur eine Minute. Die Bürger dürfen aber nur die Hauptverschmutzer melden. Transporter und Busse. Wird die Beschwerde angenommen, erhalten sie 25 Prozent des Bußgeldes. Die Mindeststrafe liegt bei 350 Dollar. Also bekommt George mindestens 87,50 Dollar pro Anzeige. Damit die Klimaanlagen funktionieren, muss der Motor laufen. Auch wenn George Autos nicht anzeigen kann. Sie sind ihm ein Dorn im Auge. Nebenan ist eine Schule. Könnten Sie bitte Ihren Motor abstellen? Das wäre großartig. George geht es dabei ums Prinzip. Er hat ihn ausgemacht. Ein Erfolg. Doch George will ja auch Geld verdienen. 250 Fälle hat er schon gemeldet. Findet er heute den 251sten? Nach 20 Minuten wird er fündig. Der Motor läuft. Und es ist kein Fahrer in Sicht. Zeit, die Kamera anzuwerfen. Ich nutze mein Smartphone, um zu beweisen, dass beim Sprinter der Motor läuft. Denn es ist verboten. Das Video muss George später als Beweis bei der Umweltbehörde einreichen. Ganz wichtig, die Zeitanzeige. Denn erst ab drei Minuten machen Fahrer sich strafbar. Nach einer Minute 22 ist er weggefahren. Pech. Doch nur fünf Minuten später entdeckt George noch einen Lieferwagen. Jetzt schnell das Handy raus. Ich geh mal näher ran. Der Fahrer scheint George nicht zu bemerken. Ich brauche hier vier Minuten. Zwar machen sich Fahrer schon ab drei Minuten strafbar, doch die Umweltbehörde verlangt eine Minute Puffer, also vier Minuten Video. Fast geschafft. Doch dann... Drei Minuten elf, das reicht nicht. Der Fahrer hatte nochmal Glück. George aber auch. Denn wenn Fahrer ihn sehen, reagieren sie nicht immer freundlich. Seien Sie fair! Wollen Sie diskutieren? Das wird langsam zur Belästigung. Was ist mit den anderen Trucks? Konzentrieren Sie sich nur auf uns? Sie gehen mir auf die Nerven. Warum tut sich George das an? Geht es ihm nur ums Geld? Ich habe mit den Anzeigen viel Geld verdient, aber an erster Stelle steht die öffentliche Gesundheit. George kämpft für saubere Luft. Und das aus gutem Grund. 130.000 Tonnen CO2 verursachen Fahrer, die mit laufendem Motor parken, jährlich in New York. Smog ist nicht nur hier ein großes Gesundheitsrisiko. 13.000 Deutsche sterben vorzeitig durch Verkehrsabgase. Damit liegt Deutschland nach Indien, China und den USA auf Platz vier der Toten durch Luftverschmutzung. Für George ist der Kampf dagegen eine persönliche Angelegenheit. Ich musste mit ansehen, wie mein geliebter Bruder, der stärkste Mann, den man sich vorstellen kann, an Lungenkrebs gestorben ist. Das war schrecklich. Deshalb gönnt sich George keine Pause. Die Jagd geht weiter. Schauen wir hier mal. George entdeckt einen weiteren Lieferwagen. Er bittet uns, erst mal Abstand zu halten. Er will endlich seine vier Minuten vollkriegen und darf jetzt nicht erwischt werden. George zückt schon mal seine Kamera. Bingo. Der Motor läuft. Jetzt geht es darum, vier Minuten vollzukriegen. Hoffentlich schafft er es diesmal. Gleich hab ich vier Minuten. 3,45. Endlich. Vier Minuten sind um. Die Suche hat sich gelohnt. Jetzt noch ein Foto vom Nummernschild. Das war's. Mein Job ist herauszufinden, wer das Gesetz bricht und Beweise zu sammeln. Doch damit ist die Arbeit noch nicht getan. Cash gibt es erst, wenn George die Anzeige einreicht. Doch zuvor ein Blick auf seine private Statistik. Fünf Jahre lang hat er jede Reaktion protokolliert. Hast du denn nichts Besseres zu tun? Umarmst du Bäume? Ich töte Bäume, mach das Fenster zu und hau endlich ab. Ab und zu gibt es aber auch Lob. Es sollte mehr Menschen geben wie dich. Rund eine Stunde braucht George pro Anzeige. Er reicht Fotos und Videos online ein. Bis zu 40 Tage dauert es dann, bis er sein Geld bekommt. Wenn ein Fall durchkommt, ist das ein absolutes Highlight. Als ich sieben Schecks an einem Tag bekam, war das der spannendste Tag meines Lebens. Meine Freundin hat es gefilmt. Ein 500-Dollar-Scheck. Und davon will George noch mehr haben. Aber allein kann er New York nicht verändern. Er braucht Hilfe. Doch wer folgt dem Verkehrspetzer auf seiner Mission? Du musst Sean sein. Wie geht's dir? Willkommen an Bord. Sean Adair hat George in der Zeitung entdeckt. Er ist genervt von den Abgasen. Doch hat er auch das Zeug zur Verkehrspetze? George führt ihn in seine Kunst ein. Gehen wir den Broadway entlang. Nach nur 10 Minuten finden sie einen Transporter. Ganz schön laut hier. Ist der Motor an? George gibt Insider-Tipps. Halt deine Hand an den Auspuff. Wenn du heiße Luft fühlst, ist der Motor an. Neuling Sean kann es kaum abwarten, endlich zu petzen. Ich bin gespannt. Das wird ein großer Spaß. Ich lerne schon die ersten Tricks, die einen Riesenunterschied machen werden. Mein Schützling! Nur eine Straße weiter entdeckt Sean die Gelegenheit, einen gelben Riesentruck. Traut er sich schon allein ran? Letzter Tipp von George. Da tropft Wasser aus dem Motor. Stimmt. Noch ein Zeichen dafür, dass der Motor läuft. Der Fahrer lässt die Klimaanlage laufen. Klarer Fall. Wie ein alter Hase schnappt Sean sich das Handy und filmt den Verkehrssünder. Die Zeit läuft. Vier Minuten muss er jetzt draufhalten. Und darf sich dabei nicht erwischen lassen. Geschafft. Vier Minuten sind um. Fehlt nur noch das Foto vom Nummernschild. Sean hat das Prinzip verstanden. Gut gemacht. Du hast vier Minuten aufgezeichnet. Sean ist ein Naturtalent. Er wird an diesem Tag noch drei weitere Fahrzeuge anzeigen. Es könnte mein neues Hobby werden. Und wenn es auch noch Geld abwirft, steige ich tiefer ein. Mit Sean scheint George einen neuen Mitstreiter gewonnen zu haben. Nach sechs Stunden ist endlich Feierabend. Zeit für frische Luft im Central Park. Wie lange will er denn noch kämpfen? Mein Ziel ist, dass ich das nicht mehr machen muss. Weil alle sich ans Gesetz halten. Weil sie sich verpflichtet fühlen. Nicht, weil sie die Strafe fürchten. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Doch schon jetzt stellen jeden Tag mehr und mehr New Yorker ihren Motor ab. Dank Verkehrspetzen wie George und Sean. Dann haben wir noch einen Verkrights. Ohne das ist einiges. Tschö alles.